Machen Sie mit und unterstützen Sie den Film vom königlich-friesischen Pferdestammbuch und Omrup Friesland. Besuchen Sie hierzu die Webseite www.ezwaterhout.nl Ein Film mit vielen Geschichten und hinreisenden Bildern. Zurückblickend, aber auch vorausschauend. Es sind immer mehr Friesen, die durchdringen, tot auf das hoogste Niveau. Egal, ob nah oder fern, Friesenpferde sind überall gern gesehen. Sie sind wunderschön, sie sind sehr intelligent und sehr, sehr freundlich. Ein sehr altes Böden. Ich bin sehr dankbar für die Leute aus den Niederlanden, um das Böden zu schützen. Ich finde es sehr gut, dass ein Film wird gemacht über das Zwarte Gout in Friesland. Und ich bin mit. Ihnen auch? Ich bin mit. Ihnen auch? Ich bin mit. Ihnen auch? Vielen Dank.